Zentrale ruft Cupra 11. Es liegen keine Meldungen vor. Überwachen Sie den fließenden Verkehr. Ende Cupra 11. Achtung Cupra 11. Auf dem nächsten Rastplatz steht ein schwarzer Wagen, der vermutlich mit der Entführung des Staatssekretärs in Verbindung steht. Überbrüssen Sie das Fahrzeug. Ende Cupra 11. Nähern Sie sich vorsichtig dem Wagen. Wir überprüfen dann das Kennzeichen. Achtung Cupra 11. Halten Sie an und warten Sie, bis wir das Kennzeichen überprüft haben. Achtung Cupra 11. Das Fahrzeug fährt los. Verfolgen Sie es unauffällig. Achtung Cupra 11. Das Fahrzeug wird zu den Entführern. Statten Sie es mit allem, bitte. Achtung Cupra 11. Das Fahrzeug gehört zu den Entführern. Statten Sie es mit allem, bitte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020